So Leute, zurück in der neuen Folge Little Nightmares. So, in der letzten Folge sind wir kläglich gefällt ein paar Mal und ich wusste erst gar nicht wo ich hin muss. Aber ich habe den Weg dann doch wieder gefunden. Wir haben ja dann, sind ja dann die eine Schlucht darunter gefallen. Und haben wir vorher so einen Schalter betätigt und ich habe nicht gemerkt, dass der Strom aus ist. Und wir dann doch durch das komische Elektro-Tor konnten. Aber wir haben es dann doch irgendwie hinbekommen. So, jetzt will ich aber sagen, weiter geht's. Okay, ich tücke wieder zu. Aha, okay. Äh, wir sind mal rausgeflogen. Aus dem Game. Fail, würde ich sagen. Äh. Hilft nicht, wir gehen nochmal neu rein. Sorry Leute, dafür aber, was soll ich machen? PC ist abgestürzt. Fängt ja schon gut an hier. Okay. Ich glaube, das habe ich das erste Mal jetzt den Fehler. Das mit dem Game abstürzt. Bei Assassin's Creed ist mir einmal abgestürzt. Da war irgendwie dann, keine Ahnung, der hat nicht mehr... Nur noch geruckelt gewesen. Da muss ich den, die komplette PS4 neu starten. Aber ja, kann ja mal passieren. Jetzt hoffe ich mal, dass das schnell laden tut. Bandai Namco Entertainment. Unroll Engine 4. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht ewig, äh... Wieder so viel neu machen müssen jetzt. Weiterspielen. Dass wir jetzt hier in dem Schlüsselraum weitermachen können. Schlüsselmacher. Oh, alter Schwede, okay. Müssen wir schon von ganz schön weit vorne wieder starten. Schauen wir, dass wir sie hier schnell vorüberbringen. Wir könnten ja übrigens unten auch noch lang gehen. Aber, sollen wir mal schauen, was das für ein Raum ist? Ach, ne. Ich gehe oben lang. Da weiß ich, was mich erwartet. Wir gehen oben weiter. Hier wissen wir schon, was uns erwartet. Weiß ich, gibt's hier vielleicht, äh... Hier gibt's wahrscheinlich mehrere Wege, aber... Gibt's hier einen richtigen oder falschen Weg? Das würde mich interessieren. Und hier sind auch so Bilder von den komischen... kleinen Viechern an der Wand. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal die Bilderpuppe da zerstören. Oder ist sie schon zerstört? Hat sie schon zerstört? Okay, der bleibt wenigstens der Erfolg. Okay. Oh, alter. So, okay. Wir sind wieder an dem... in der besagten Tür. Und ich hoffe mal, dass das Game jetzt nicht noch mal abstürzt. Weil dann ist sie nämlich scheiße. Okay. Ja. 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 Das ist ein Schalter. Warte mal, können wir den Affen hier noch haben? Ich nehme mal rein. Das ist eine Art Lastenaufzug oder sowas. Okay, ich geh wieder der auf, ich nehm die mal mit. Wie das bauch, was ist denn da los? Irgendwas stimmt mit ihr nicht? Die Blähungen oder was? Muss man schnell kacken gehen, Mensch. Wie kommt es vor, immer wenn sie irgendwie in das komische Licht geht? Kann auch kein Licht mehr anmachen jetzt. Ah, da ist Fleisch drin. Irgendwas ist mit ihr? Ich mach das Bild mal gerät aus. Alter, Späde. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Alter, Späde. Kann man, können wir speichern? Können wir irgendwie speichern? Einstellungen, wir können nicht speichern. Okay, na dann, shit happens. Können wir den hier befreien? Können wir den Bauen. Die können wir nicht hoch. Ich kann aber hier nichts machen. Kommen wir denn da rein? Ich weiß, ich habe hier hinten schon was gesehen, dass man hier langkommt, aber... Warte mal. Wir probieren mal nochmal was. Ich habe mir da was eingefallen, was vielleicht gehen könnte. Ich kann vielleicht schwingen, durchschwingen. Okay, das geht. Aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem, glaube ich. Oder wir können hier an dem Wasserrohr hoch. Okay. Hier ist noch eine kleine Lücke. Oder? Oсь. Ach. Okay, dicht an. Oh, okay. Geht rein, Mensch, geht unterrein! Einfach piepsch nochmal. Okay, wir müssen einfach, glaube ich, müssen wir leise sein? Riecht der uns oder hört der uns? Okay, wir gehen jetzt mal ganz leise. Ah, nee, der der hört uns oder der riecht uns, besser gesagt, okay dann, Spurt ich hoffe, wir haben unendlich Leben okay, wir rennen Alter, will ich mir verarschen? Mach dich weg, Mensch okay, wir werden Okay, nochmal. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Der Schwede, ich drehe durch. Oh, krass. Krasser Scheiß, krank. Okay. Okay, hier sind einige Schuhe. Gut, Leute, ich würde sagen, was dann hier mit dem Raum auf sich hat und ob der komische Langarm nochmal kommt, der komische, äh, komische Fieder. Ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen, oder? Ihr seid ja wieder dabei, ich würde mich sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Euer Andi.